Ciao zusammen! Seit meinem Video vor ein paar Wochen, als ich dieses Fasnachtskostüm gemacht habe, werde ich immer wieder liebevoll Hase genannt. Aus ganz verschiedenen Richtungen. Ich habe mit dem total gar kein Problem. Aber get your facts straight! Das ist kein Hase. Das ist ein Eichhörnchen. Wie man an diesem Bild hier ganz klar sieht, ist der Schwanz gerade aufgerichtet und sehr buschig. Häschen haben nicht solche Schwänze. Das sollten ihr doch alle aus der Schule wissen. Also ehrlich. Ciao zusammen! Dann bist du ein behindertes Ohr.